Wirst du damit sagen, du bist auch Solty? Achso, nur 10, wo gehe ich? Ich nehme ab jetzt auf. Ist eigentlich schon unter deinem ersten Video ein Kommentar. Nein. Aber es hat schon 121 an 22 Views. Warum? Weil das gerade angekriegt hat. Ich habe keine Ahnung. Weil ich finde, dass ich vor, dass irgendwer dann einfach die ganze Zeit noch gespammt hat. Ja, auch 6 mit dem Mana-Item in Jungle. Empholen. So, okay. Das ist gut. Ernsthaft, Neuer, ich komme es kurz. Das geht ja nicht ums Mana-Item. Nee, 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 lass es nur ab. Es geht ums Mana-Item-State. Weißt du was, es ist mir egal, ich bin api-sig. Ich darf das. Äh, nee, wenn du api-sitzelstens oder andere nehmen. Weiß nicht, ich. Let's train. Das ist auch eine Woche, hat aber auch ein Skyrim-Zong gemacht. Das ist ja auch für Kulam. Mh. Der von den Boten, ey. Nur 10 für Gesso spricht er auch normal. Das ist eine normale Stimme. Ey, ich glaube, die api-sitzel sofort, also passt auf. Ja, ist halt schwarz. Die sicken-out-place werden kommen. Warte, warte, warte. Würde ich eh auf ihn machen. Äh, Alex, was gilt man zuerst und was gilt man hoch? Ey, Kul zuerst. Ey, Gabriel, merke ich mir im Zweifel immer die Kuh. Deswegen nehme ich auch Alistar, weil es ne Kuh ist. Warte, 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 warte. Ja, ja, ich hätte da next in dem Moment. Ich hab' auch geschafft. Ja, ich hab' es geschafft. Leul, ich hab' Jays, ich glaub' er an die Gelenz-Fort. Ich hab' das nicht mehr gemacht, also ich hab' das nicht mehr gemacht. Ja, so richtig, aber schon, ich hab' gesagt, ich hab' das nicht mehr gemacht, dass ich das nicht mehr gemacht habe. Das ist nicht mehr gemacht. Ich hab' es für dich getan. Warte, guck' ich bin top-lein. Oh, lol, ich dachte gerade, dass Diode aus Irland-Gapel wäre, weil du kannst ja eh, ich hab' nicht viel Partilierung. Europapack. Sura Jalai. Komm' mal. der Krupp ich bin so rum oder was wir waren da hat er gesperrt der Watt eine Ecke das war der Wettbewerb oder was er hat geschützt wird er das gelagten ein er hat ein Stück er hat mich in dem Moment zu gepackt hat er schon geöffnet was soll es eigentlich für eine Länge von den Bergen also war schon mal sehr geültet der Flüchtling die das ist ein bisschen was der Meister neue Meister hinsichtlich ist in der Krieg sich rein und dann wurde sich damals war das geht auch ich glaube die Welt Foypok Kombo machen oder so die Szenen nach dem Punkt Kali Okombo die er will in der Frühkopf die er keine Ahnung keine Ahnung was die machen wollen mit dem Grundspielen ich bin drin diese der Kast der Punkt Mädchen dort ja besonders als er mehr schluss die Städte als sie ist nicht inzwischen durch Dings dann kann ich ihn einfach stand auch schon er soll sich die w-hochskill das ist die kuh die kuh weil damit ist dann durch noch gemacht wird ja aber wenn du schon so ähnlich ist dann bitte sollte schon die kuh die kühle die kühle vorm eigentlich beide oder wir haben also also der beide support items und es hat diese combo ich guckte mal die mit den fahrmann 3 wo wir doch können sie hätten so die grünen als von der schlimmste was passieren könnte ist das Prozent der links bei selbst das da ist das auch mit 9 er hat mich gegengt sein gegend hat gefehlt die die rückwärts ich glaube ich bin nicht so krass ich hab grad to beworden tritt gemacht die eiligere bot der dritte wurde gerade der kundin hätte kurz einfach über die Wadda springen ja es ist wirklich vergesst dass ich sie ja der künftigen ich finde Zack ist eigentlich voll stark in letzter Zeit weil der Rot schottet mich immer kommst du eigentlich? ey ich hab's nicht da mach deine E hab ich... oh lol den bekommst du auch jetzt ein Moment ah nein nein ich hab dich nicht bekommen Gabriel hast du TP? das ist doch scheiß ernst what the fuck was soll ich denn machen? äh... sie töten ich hab doch einen umgebracht hast du gesehen wie low der war? ey nicene ja ich hab sogar bei flash gemacht nur einen töten wollte nein ich lege wow wow heller ich hab dir sogar den kill lassen also ich wollte dir lassen ich weiß oh Goga nimm dich einfach ja ich hab kein Damage ich hab noch nicht mal meine Ul ich hab noch nicht mal mein fucking jungler item die One-Shots kommt erst nach Level 18 ich hab grad krass Aids am Nacken das Beweis sollte das Beweis sollte in den Weg ist ob der Fall das ist so was ich hätte auch die ganze Zeit herum das hält doch bleiben ja also ich bin zu ihrem Tor gelaufen mit herumgestanden das heißt nicht dass die Abkarte vollkommen das F hat das abschwert wie klar ich werde sie nicht nicht noch 20 Euro hast du er hat das getroffen ich habe akzeptiert die röten fehlt hier steht 3 2 und der K6 aber nicht die Geld in der Lübe 6 der K6 kommt ob der Gabriel der K6 es geht auch da drin er ist auch das ich mal da drinnen er war aber kommt konnte die g es gibt sich der erfordert wissen für den Kili Kili okay der ist gut ich kriegst du ja ja ich komm nein ihr sollst du nicht ich will auch ich hätte ich grüße bei der Fall glaube ich du hättest seit der Autotheken sollen ja ich statt da hinten du bist du besser hinten gerannt der war nicht Lover du du hast Half-Life das war genug übertreibt auf jeden Fall war ich Half-Life hey das war genug die Wutte verliebt auf dem Level 6 ey ich mach nicht weil die Seelenfehler die gerade auf der Botflay dass ich alles einfach nur benutze da der Wende durchstärbe what the fuck wir hätten über äh den Kötzvermittler denn komm ich ja kann nicht ja der Falle Bluberfarm oder sich denn er ist gekommen jetzt kommen erst mal kommt von unten ich bin kurz vor sterben okay dann kommt jetzt nicht gemacht er doch aber nachdem er jetzt schon bereitet hat und ich habe doch was auch bereitet die er hat er das ist das ich glaube ich du hast gar nicht mehr ich bin ich bin ich bin ich habe eine Sekunde zu langen äh zu kurz gedrückt ich lasse eh ich nimm den Farm hier ne, soll ich ihn lassen? ich weiß ich ob du willst äh nimm einfach nimm einfach bis ich da bin halt sollte eh nicht lange dauern get him soll der aber verdammt sein ich kann hier ins Gebüsch gehen und hoffen dass der mich nicht sieht da ist er doch der wäre genauso in meinen äh egal Gesundheit so 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 er so 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 Also ich habe den Meister davon abgehalten zu hüten, aber mehr konnte ich völlig auch nicht machen. Ich komme mit Schlamm. Ja, sie hat mich eben auch noch gekriegt gegen die Wand. Bex, das haben wir hier während des Spiels. Ich bin hier gerade im Gegner-Juggle. Puh, das war knapp. Das war so close there. Mehmet will zu Blubarb haben. Boca sind die da auch. Nein, nein, gerade nicht. Ich lasse dann mal am Leben der Bittling später hin. Obwohl doch lieber, ja. Spring rüber. Nee, weisch. Da Boca, wie du gerade den Kiel dazu bekommst. Keine Ahnung. Reicht so für dich. Ich weiß auch nicht, der letzte Tauerschuss hat ihn gequält. Da kann ich auch nicht sagen. Da kann ich auch nicht sagen. Lass mich nicht. Vielleicht liegt das daran, dass ich hier viel soll. Ich glaube, ich spiele gar nicht so schlecht mit Aurelion Soul, oder? Hehehe. Wette kurz. Ey, komm 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 komm. Du Farmschalt nur Ultrabett. Hä? Uff. Alter, der K6 für mich schon die ganze Zeit Tau, ey. Ey, ich brauch Hilfe. Ja, ich komm. Der macht dich. Äh, Jace kommt auch. Jace kommt. Der hat seinen Kick abgebrochen. Ich hab's überholt. Meine Damen und Herren, dass ich mich nicht verletzt. Ich hab's überholt. Ich habe das nicht gelobt. Ich hab's mir gebraucht. Ich hab's mir gebraucht. Prozent 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 wenn ich die Lüder sie in Beikirat nur weil ich Lüder das ist erst tot das bringt mich viel um den Tipp in die Fresse zu fliegen wenn er genau neben dir steht ich habe über die wand gesprungen nö du bist ins dragon pit reingeflogen ja aber der welt im dragon pit ja aber er wäre über die wand gesprungen er wäre über die wand geht lang Alex guck mal kurz her schau auf den jungle key ok ok jetzt habe ich gerade das Q gemischt leider aber jetzt kann ich zu weit mit etwas tun ich habe einen schönen shutdown bekommen ich habe fast gegeben mehr vom als jeder von den Gegnern äh Gabriel macht wie er mit ihrer also du musst es ja ich bin natürlich er kommt gar nicht kommt dann der ist mit ich habe erstmal mit dem das ist nicht wie die Kanzigse weil das okay dann gehe ich back macht doch hier so ok er hat geflasht eh lol der Fläche wurde ich hätte ich habe aber das wo ich mal nachdenken ein Gras wenn er auf kam der Schrift aus wenn er den Schiff und dann etwas wo ich nachdem muss deswegen ja ich war gerade drinnen eine Ahnung Prozent Prozent ja genau wird ich gerade fragen ob du mitgekommst ich habe da gleich reingekommen heute der dort steckt werden verlogen Herr warum ich dir doch noch vier jetzt geht und ich gehe den Mann mehr ich lasse jetzt stehen der Kind wenn es unbedingt braucht wenn sie es wird selbst in der siehst du doch kann es machen weil ich bin Leute Das hat sich nicht richtig weiter. Da ist der Greedy. Ich komme. Nein, ich bin gerade nicht wieder bei dir. Mehmet, stirbt nicht. Ah, Max auch ein Ding. Komm, Alex, an den Versuch. Keep your bot lane. Herz geflasht. Wahnsinn. Ich weiß das gerade nicht wie Fähigkeit. Das ist, glaube ich, die Weh. auch wieder er hat die eigentlich mal hatte die erste rechte ich habe ich will die Zeit und so Prozent bisher ist ein ja ich hätte hier nicht getroffen hätten wir die Sorge wieder schnell über die ich keine Ahnung ich dachte die bleiben da drin stehen das habe ich gehofft durchreicht Koba trifft eine gute und die Hände und die Führung aus Lohr die Beide bekommen als er will ich sie nicht zurück und er kann sie überfahren es tut mir leid ich will das eigentlich gar nicht mit Leonas die sich immer so viel und dort oder konnte schicken und ich habe schon mindestens Prozent ist noch mehr mit wenn ich weiß Nuss ist der Partei kurz ich habe erst welchen mit den Strattel ist die Uhr in Sonnen zu machen nur 60 ich habe mann die Rücken wird du musst auch erst mal alle haben und da mache ich doch und ob ab und ab okay du hast du auch einmal mitnehmen aber keine ulti er braucht sogar nicht du musst du einmal trinken das reicht schon er hat die gewohnt er hat die gewohnt er hat er nicht auch ein die sind kommt also entweder kommt er zu er macht ich gehe weg er hat die macht vermutlich dringende K6 Nein Ich komme Oh, ich versuch diesmal kein Kill zu stehlen Nein Oh, guck, ich hab Pessels Gas-LTP Hab ich nicht Er braucht er doch gar nicht Ich tu das Top-Lane-Splitten, ne? Stirbst du? Okay, gut Jeder soll ich da reingehen? Ja, ich... Ich komme mit der Langeflogen Nein, ich hab mein Q nicht mehr auf den K6 bekommen Ich bin grad Ich bin grad Das schaffst du Oh, Leute, das kommt Wurf So, ich gehe äh mit Länden bis zum Verteidigen So, jetzt hab ich mal Rai Lass Rai Lass Ja, Rai Lass 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 eine bloß nicht mehr ich gewandt überlegen ob die hülle edleitend so fast for you boys sich nicht mehr auf dem bach sie total beruf alles gegen ein Pferd das Malzweig und da schlafen der Welt mit Weg also ich bin dann im Grunde Eichmann nicht erlaubt in letzter Zeit krieg ich keine Triple Kids nur das ist muss der gab es wird habe ich kein Kronter bekommen und er hat der Entwurf du wollte ich meinen Jays haben ich weiß aber es hätte einer sein Künfer der Theorie das hat doch auch das hat doch gar mit Kronter reinkt er ich bin ab hier sind jetzt er hat kein zweit hast du zwei Tore gemacht die ich hab doch kein zweiter ja genau das meine ich ja deswegen hast du es mehr verdient er die erhält die rüben neuer hey dann ich weiß der reingehen du bist er würde da reingehst gereicht 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 ja ich war doch ab wie sage ich doch ab wie ab wie ab wie es wird ab wie ich steck so ab wie sechs verstand er hat doch gesagt er hat mich so aus wie gesagt da wird mit dem heute wird die rüben an und die weiße zu lernen Röden Nähnen gegen Röden Nähnen aber der eine Spielsleiter ich gehe nicht helfen okay ich die mitnehmen okay geflasht ich gehe es hat geflasht wenn man will aber auch könnte mit der Kampus auf wo er kann holt ist Graz Ja, ich wollte nur einen Auto-Attack auf den Tower machen. Das heißt, pushen noch. Da mache ich einen Auto-Attack. Los. Oh, Leute. Hey, die Rufen push top denn durch. Push da rein. Und da rein. Mach dir irgendwas. Hallo. Oh, wir sind top-top. Ja, nee, lass es. Okay. Der zweite wird sie nicht bekommen. Er hatte Fakt. Guck, sie ist eh nicht, wer dort sie wird defend. Sie muss halt die Fendt gehen. Das hat Herr von Havre. Das darfst du nicht einatmen. Ich glaube, er geht auf, dass ich mich genügend. Alex, mach mal den Tower, oder? Alexander, bis jetzt mit deinem Triple zufrieden. Ja, das ist jetzt. Wenn ich jetzt immer noch der Kid. Stil in der Supporter. Okay, hier, da, ja. Daran kann ich halt auch nichts ändern. Okay, lass mich, lass uns mal überlegen. Ey, wie soll... Leute, wie soll ich dieses Video teilen? Also ich YouTube, wie soll ich das nennen? Ich meine, ganz ehrlich. Meine W-W-W-8 60. Hä, das muss ich doch machen, wenn ich Auree zu Pop gehen. Meine W-W-8 60. Äh, Magic Damage. Und damit habe ich schon mindestens 5 Kills gesteilt. er nämlich in den Blumen abklären er hat ein die Klinik aus dem 4 der Klinik ausgebildet 3 in der Städte drei Toppläne ich habe uns veröffentlicht der Weg ist mit an uns werden wird er ja ich bin wieder anrufsagen nein ich hab ich hab jetzt nicht gestoppt das weiß jeder im Internet das so anders damit lass uns KSX der entweder reingehen alle da kommen Geld ich treffe das nicht der Fall der Kürtel Kürtel der Stoffen von Kürtel bei dem Ziel ich könnte gleich fortkommen aber ich kann den Bordetipi die Sekte das ist es bei mir weil der Stadte Ich hab ihn eigentlich getroffen. Oh Gott. Nein. Ich komm nicht ran. Sollen wir gehen? Also Mama, falls sie es wieder einen würdigen, äh, einen würdigen Titel bekommen kann, dann wär's der Case dem der Supporter. He, alter. Du schießt 3-3-8, das ist noch ertraglich. Robert, die müssen kommen. Also Goga, ich hab gehört, wir gehen. Wir stellen nicht hier. Warte, nein, ich kann mal sehen, ich muss rauskommen. Oh, Lord. Oh, Gott. Lollgap, eh, das war dann auch geschrieben. Beklarus. Ich bin einідigessig, ja. Ich hab' mir auch gedacht, als er jeden Fall gekürzt hat. er wird und sie haben komplett gut geholfen gut doch mit an der Fall das ist fertig geworden ex-pensierende er hat den Ort der der dieser ließen euch warte wir konnten auch warte spät erdächtig oder nein ne das ist ich bin das Volk Lennon ich weiß ich war auch kein der P6 er hat die Baustrecke sagt er eigentlich danach ein weiter was erbrot das erbaut das aber durch die Leiter Kurs und Luden ich habe hier sehr von mir geht es um das habe ich mich gerade aufgefragt aber es ist egal die Koga Koga zu sehr weh ich brauche mehr sie grüßes Wollterbauf ich jetzt auf der Fall gerade immer am texten das ist mein Text jetzt neu, jetzt im Einzelhandel jetzt neu im Einzelhandel oder im Doppelhandel, wenn ihr wollt ja, kommt her hatten wir dich alle bei diesem Moment, wo es diese Krabbe gejupt hat Goga, hast du Ulti? ich hab ihn hilf mir wow, ich hab gedacht, du bist bei mir jetzt bin ich tot damit ich hab dir vertraut Herr Goga hat mir eine Hilfe gebraucht und ich hab dich gesehen, dass du mir eine Hilfe brauchst und ich hab jetzt das macht mir nicht das ist hey, Alter, Capri du weißt halt nicht, was ein guter Mitleider ist und ich bin auch ein guter Mitglieder das ist ein guter Mitglieder das sind das ja auch ein Rester mit Lerners Union und ein auch ich jeden Tag für die Menschen Prozent bis jetzt so schön können wir dann machen bei denen habe ich gesagt weil ich habe gerade verehrt sind die drei Sekunden die Dachte also drei Sekunden vor sich gemacht haben die Köpfe geben aber auch bei den Berlern der Sieben sagen sollen die Art klar ich hätte es nicht mit gerechnet denn wenn ich jetzt auch ein Zeug die Möglichkeit der Beleitungen nachgekommen ich kann er kommen und er hat euch dort mit Helfen ich fliege Alex da geht es nicht weg ich bin gerade erst angekommen er hat immerhin gerade immer mehr kommen aber jetzt muss ich ja auch KSX und möglicherweise ließen vor Stolten Kocker mein die Wettel der Ferne ist oder du ja wenn man sollte so etwas machen wie so sollte ich etwas so etwas machen die Stadt ja du so sind denn so ein paar Leute bei Ich hier im Jungle! Wo? Ich hier im Jungle! Wo? Ja im Jungle! Wo im Jungle! Warte! 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 First Item! Dead Jungle! Dead Jungle Caps! Hey doch! First Item Cut! Also könnt ihr bei den K6 töten? Nein, wir haben nicht gewusst! Dead Reading ist! Auf jeden Fall nicht der Influencer in der Influencer. Ich habe nur mit Weedocken gebracht. Damit! Warte! Zum Glück gebe ich den Magic Resist! Ich habe doch selber Magic Resist! 5, 10! Das richtig viel! Ich bin drin! Ich bin drin! Ich bin drin! ich bin ich nicht ich bin ich nicht ja ich bin der Mann ich dachte schon ich hätte keinen Ausblick mehr nice tower tanks oh fuck du wärst gestorben hätte ich das nicht gesagt oder ja ich hab dich nicht gesehen lol Alter ich hab bei der Ullstrom wieder gefehlt könnte ich mal ein Kiehl bekommen die Antwort war irgendwie so klar wer möchte ich jetzt will hier mit Alexander ach so du bist schon weg oder mir doch den Willen nicht er baltet uns weg aber hätte ich eventuell recht ja ich bin tot ich hab's verdient egal ist vorbei mal geht er hätte ich nicht die hätte ich nur umgebracht so also das war Aurelion Soul mit Längen das epische Outro mit dem hr das ist das ist ein der hat